Wenn es irgendwo stürmt, dann wird Dominic Blasen nervös, sehr nervös sogar und er muss los, er jagt nämlich Stürme und ist ein sogenannter Storm Chaser und er ist hier im Studio, guten Abend Dominic Blasen. Wir sind hier bei uns im Studio, ihr jagt Stürme, das schon seit 20 Jahren, wenn jetzt in diesem Moment irgendwo ein Superzell wäre, wäre ihr hier zu mir ins Interview gekommen oder wäre ihr den Sturm gegangen? Ja, euch Tipp wäre ich gekommen, aber vielleicht wäre ich nach 5 Minuten wieder gegangen. Das hat mich schon nervös gemacht. Das hat mich schon gewohmet, ja. Und der letzte Superzell, den ich mich mal besinne, der über Bio hinweg kam, ist dann am Donfest und das war ja auch eine Katastrophe, die es da geändert hat. Genau, zwei Grad nacheinander innerhalb von einer Woche waren auch dann, oder? Ja. Die sind ein passionierter Sturmjäger, das ist euer Leben, die sind zwar auch Lehrer, haben sie schon das Klassenzimmer verlassen? Haben sie gefunden, ich muss jetzt los während der Mathe? Es gab mal den Moment, als ein Lehrer kam und sagte, du hast gesehen, aussen stürmt es und ich habe es natürlich gewusst. Kannst du mal gehen? Und dann hat er die Klasse übernommen und das sind die schönen Momente der Lehrerkollegen, die zu einem schauen. Ab wann wird es interessant? Ein Sturm ist ja ab 75 Stundenkilometer, ein Orkan 117. Ab wann wird es für euch interessant? Was sind die Voraussetzungen? Es ist nicht einmal die Stärke vom Wind, die es ausmacht. Es sind einfach die Strukturen und wie kommt es dazu, zu diesem Unwetter und dass man einfach dort die Schönheiten filmen kann. Es reicht schon bereits eine wunderschöne Woche, die irgendwo in den Himmel hochgeht. Da bin ich schon hell begeistert. Also es ist nicht nur ein Sturm, aber es ist natürlich wie so das Höchste aller Gute. Wir haben Videos von euch, die schauen wir jetzt gerade an. Hier auf dem Bildschirm von einem aufziehenden Sturm beim Schassrall. Der Petit Schassrall sieht man gefilmt vom Schassrall aus. Was passiert hier? Hier kommt eine ganze Böenfront her. Das Gewitter ist schon so genannt Outflow dominiert, das heisst es kann nicht mehr weiter stärker werden. Und da wären jetzt die Blitze, die hier runtergehen. Hier habe ich dann verschiedene Blitze gefilmt, überall. Ja und wenn man da denkt, ein Blitz fünfmal wärmer als auf der Sonnenoberfläche. Also da sind extreme Temperaturen im Spiel. Und ja, aber so ein Blitz liefert nicht einmal so viel Energie, um irgendwie eine Grossstadt zu versorgen. Ich sage immer, man kann etwa 5000 Haushalten versorgen mit einer Stunde und man nicht kochen könnte. Wie lange steht er dort, wenn er gerade so blitzenweit filmen will, wie wir jetzt gerade gesehen haben. Sie sind sicher auch schon los und haben gar keinen filmen können, oder? Ja, die Fehlerquote ist enorm. Also man macht hier das Forecasting, man schaut, wie wird das Wetter und dann geht man mal vorhin. Und dann muss man einfach hoffen, dass man richtig da das Forecasting, also zum schauen, wie wird das Wetter, das hätte vorausgesehen. Weil man vor einem Sturm, im Sturm, wenn es schifft und macht, dann wäre da die Aufnahme nicht gut. Und dann sollte man eigentlich vor einem Sturm, wo es noch nicht so richtig schifft, wo man wirklich die Blitze schön aufnehmen kann. Und das kann sein, dass man zwei Stunden vorher dort ist. Manchmal kommt man gerade die Dusche aus. Also eigentlich auch mal jedenfalls hier in der Schweiz, wenn der Sturm dann mal angekommen ist, dann ist es nachher eigentlich schon fast vorbei. Genau, also mir geht es vor allem um die schönen Aufnahmen zu machen. Und dann muss man einfach sagen, wenn es schifft, wenn es kutet, dann ist es eigentlich vorbei. Wie hat das angefangen mit diesem Hobby? Es ist ja auch noch ein spezielles Hobby, welches jetzt jedenfalls hier in der Schweiz nicht so viele Leute machen. Ja, dadurch, dass ich Lehrer bin, hat es mir wunder genommen, Tornados gibt es das nur in den USA, weil der Lehrplan hat vorgesehen, Tornados durchnehmen in den USA. Wo es am meisten Storm Chasers gibt, oder? Ja, und die meisten Tornados, über tausend Tornados. Und dann bin ich auf die Schweizer Sturmforum gestossen, das ist eine Vereinigung von Metrologen und Hobbymetrologen. Und dann bin ich der Frage nachgegangen und ich hatte das Glück, auf zwei Metrologen zu treffen. Die haben mir ein bisschen Modellkarten lesend beigebracht. Und jetzt kann ich es endlich beantworten. Man kann sagen, pro Jahr gibt es in der Schweiz im Schnitt ein Tornado auf dem Land. Es gibt noch die Tornados auf dem Wasser, die heissen natürlich den Wasserhosen. Und da hat es zwischen den Bieler See auch, aber schon ein bisschen her? Ja, schon ein bisschen her. Neuenburger See ist prädestiniert in einfach die grossen Seen. Da gibt es vor allem. Warum gibt es dort mehr? Weil es mehr anziehen kann? Ja, weil das Windfeld muss eben stimmen. Es darf eben fast nicht kutten. In der Höhe muss ganz kalte Luft sein. Und in der Regel entstehen die Wasserhosen im Herbst, weil der See einfach noch schön warm ist. Und da wird einfach das Wasser richtig hoch enthalten. Aber Temperatur ist natürlich kälter. Ja, die Temperaturdifferenz ist entscheidend. Jetzt geht es gleich wieder los in die USA. Nächste Woche wird geflogen. Zwar diesmal nicht für die Tornadosaison, obwohl er dort auch schon war. Auf das kommen wir gleich zurück. Sondern warum geht er in die USA? Auf Dallas geht es. Ja, am Montag ist die totale Sonnenfinstnis. Und ich freue mich wirklich gigantisch darauf. Es wird die erste, die zweite, die ich wirklich voll sehe. Im 1999 haben wir alle in Mitte-Europa hergeblieben. Aber es war überall Schlechtwetter. Und da habe ich noch eine in der Türkei miterlebt. Und jetzt wird es ganz speziell sein. Die Sonne ist sehr aktiv. Also man gehört ja immer wieder von den Polarleichtern, die man sehen kann. Genau im Moment. Und jetzt durch die Aktivitäten sieht man die Corona. Das ist so eine heisse Gasschicht eigentlich. Um die Sonne herum kann man extrem gut sehen, denke ich mal. Die wird extrem gross sein. Es könnte wirklich eine spektakuläre Sonnenfinsternisse geben. Wenn die anderen mal in die USA gereist, immer wieder ist er auch auf Texas gewesen. Und dann sind der Tornados. Er geht als Stone Chaser. Da haben wir auch Videos, die er aufgenommen hat in Texas. Schauen wir diese an, könnt ihr diese gerne kommentieren. Das ist in Cisco. Das ist 300 Kilometer westlich von Dallas. Man sieht hier den Schlauch, der oben runterkommt. Da haben wir jetzt einen sogenannten Touchdown. Und das ist nichts anderes als wie ein Staubsauger. Der nimmt einfach alles an, Bäume, Kühe, Outdoors. Der saugt dementsprechend. Und mit verschiedener Art von der Stärke her, von den Tornados. Man sieht erst beim Schadensbild, wie stark ein Tornado auch wirklich war. Er kann höllendicker Tornado sein, kann nicht so stark sein, zum Beispiel wie ein ganzes Schmal. Es kommt auf die Windgeschwindigkeiten darauf an, dass sie Windgeschwindigkeiten am Maximum bis 500 kmh haben. Bis 500 kmh, die wirklich dort in der Windhose oder wie sagt man das, innen sind? Mit dem Rüsselt innen ist ja richtig. Wie gross ist das Risiko, das dir eingeht? Wie weit seid ihr da entfernt? Also da, bei dem bin ich etwa eine Meile entfernt gewesen. Gewisse Tornados kann man etwas näher hergehen, gewisse eben nicht. Und das war einer der stärksten in diesem Jahr, als ich hier gefilmt habe. Und er hat am Schluss die Durchmesser von einem Kilometer gehabt. Also Storm Chasers sind ja schon ums Leben gekommen. Also ein gewisses Risiko ist schon vorhanden. Ja, aber man kann es kalkulieren. Man weiss, wo der Tornado etwa durchkommt. Und von daher, es ist kalkulierbar. Aber der beste Storm Chaser der Welt ist im 13. ums Leben gekommen. Also eben, man ist nicht ganz gewählt. Aber Vorsicht ist immer das oberste Gebot. Wie ist es mit dem Klimawandel? Wie fest verändern sich die Superzellen? Gibt es jetzt mehr? Kann man das ganz klar beobachten? Hier, so wie in den USA? Von den Superzellen her kann man nichts sagen. Man kann auch nicht sagen, es gibt mehr oder weniger Gewitter. Weil das Gewitter ist immer noch abhängig von Temperaturunterschied. Es reicht nicht einfach, unten ist es sehr heiss und oben wird es auch sehr heiss. Die Temperaturdifferenz spielt eine ganz grosse Rolle. Es gibt einen Unterschied von Niederschlagsintensität. Also wir haben festgestellt, dass wenn es mal bei einem Gewitter schifft, dann kommt es heftig heftig runter. Also mehr als vorher? Ja, also die Intensität hat zugenommen. Ist aber auch logisch. Wir haben wärmere Luftmassen. Die warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen, also muss es auch mehr schiffen. Merci vielmals. Mit diesem letzten Wort über den Regen sind wir am Ende dieses Interview, Dominik Blasen. Merci seid ihr hier gewesen und viel ich wünsche euch eine wunderschöne Sonnenfinsternis in der USA nächste Woche. Merci vielmals. Das war es vom Interview mit Dominik Blaser, sogenannten Storm Chaser. Merci fürs Zuschauen und einen ganz schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020